Das sind die 10 deutschen Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen in 2023. Die Deutsche Telekom mit 3,9%. Die Talanx AG mit 4,6%. Siltronic AG mit 5,1%. Covestro AG mit 5,4%. Hochtief AG mit 6,1%. Mehr als 6% geht nicht, denkst du? Dann schau mal weiter. Die Allianz SE mit 6,6%. BASF SE mit 7,6%. Die Freenet AG mit 8,4%. Telefonica Deutschland Holding mit 8,6%. Und die ProSiebenSat Media SE mit 10,2%. Wichtiger Disclaimer, die Renditen sind nie garantiert. Je nach Investmentstrategie kann eine Dividendenrendite interessant sein, muss sie aber nicht. Daher beschäftigt euch immer selbst mit eurem Investment. Folge NextSimple für mehr Simple in deinem Leben.